Das war die Raucherin, die war so schön, die gefällt mir heute noch gut, wo niemand mehr rauchen darf. Und ich rieche so gerne Zigaretten. Das war wunderbar. Das fand mich überall die große Begeisterung, weil die so frivolpafte, mir gefiel das unendlich gut. Ja, das waren, finde ich, recht gute Falke-Zeiten. Ja, das, was stilistisch entfernte sich das radikal von den Mitbewerbern. Manchmal wurde es kopiert, aber man wusste gleich, das kann nur Falke sein, weil eben diese sehr liberale Darbietung des Produktes des Mädchens überzeugte. Das war anders und das ging auf die Zeitgenossen und Genossinnen viel besser ein, wenn sie keine Ahnung von Mode hatten, war es sowieso scheißegal, dann kochen sie es nicht. Die da barfuß läuft, das gehörte auch an sich dazu, dass die spitze Schuhe trugen. Das war anders. Ja, das war anders. Vielen Dank.